ja moin herzlich willkommen zu diesem spielevideo diesmal zu einem für mich ganz klassischen familienspiel was aber auch ganz wichtig kann man mit also kindern untereinander würde ich das nicht empfehlen man kann es gut mit kindern zusammenspielen das alte acht stimmt jünger als acht auf keinen fall einst zwei jahre älter ist wahrscheinlich bei den taktischen feinheiten wenn sie nicht komplett spieler fahren sind super karitos ist für zwei bis vier spieler dauert ca 45 minuten wenn man drin ist am anfang ein bisschen länger kann man auch bei tabletopia spielen und mit einer deutschen anleitung auch genau was ist karitos karitos ist zum einen ein spiel was nicht ein sehr ziemlich cooles cover hat was natürlich wenig darauf schätzen lässt erstmal wo geht es denn da eigentlich aber darauf sind die mitglieder einer karitos bande zu sehen die auch im spiel dabei sind und das ist tatsächlich ein spiel was im portugal spielt auch in portugal entwickelt wurde und um die portugiesische sagenhexenlandschaft dreht kann man den kurzen text vorlesen ganz des quasi hintergrunds des ganzen ganz im norden portugals liegt zwischen den gebirgen serres ist glaube ich ein c oder gerres aber serres mararo und mortesinio eine raue granitlandschaft diese wilde und einsame region ist bekannt dafür dass dort sehr häufig übernatürliche wesen gesichtet werden wie hexen wehrwürfel und die teuflischen karitos ja und nun ist es hier tatsächlich so man kontrolliert hexen oder wesen die tatsächlich aus dieser portugiesischen sagenlandschaft kommen gibt jeweils im regelwerk noch einen kleinen fluff text die sind wirklich super sehr kreative tiere sehr gut umgesetzt 1a und mit diesem muss man leute erschrecken und wer am besten leute erschreckt gewinnt dieses spiel so weit so einfach und ich erkläre am besten einmal die regeln ja zuerst einmal sei dieser riesen spielplan erwähnt es gibt auf der rückseite noch eine version für zwei spieler das ist der große für drei oder vier spieler zu dem spielplan gehört noch eine sogenannte hexenkessel karte da kommen wir uns dahin wenn sie quasi rausgeschmissen wurden genau und es sei dann auch gleich noch mal gezeigt es braucht nicht immer zinnfiguren es gibt hier wirklich sehr coole standys wie man die nennt also da braucht man eigentlich gar nicht mehr das passt schon jetzt habe ich mich selber einmal reingelegt jeder spieler hat in diesem spiel zwei monster monster gibt immer solche karten gibt es auf englisch deutsch und auf der rückseite noch mal in spanisch und ich habe keine ahnung gerade es ist auf jeden fall vier sprachig das spiel oder auch so dass man es quasi miteinander viel mehr sprachig spielen kann man hat im grunde drei verschiedene aktionen je nach farbe und jeder spiel hat immer drei handkarten diese handkarten habe ich jetzt einmal plus eine geheime bonus karte habe ich mir jetzt einmal so herausgesucht dass sie quasi alles abdecken es gibt drei grundsätzliche farben diese farben entsprechen den symbolen hier auf der karte das heißt lege ich eine pinke karte kann mich die pinke aktion durchführen gelb gelb und dieses türkis ist auch türkis man führt die von oben nach unten durch wichtig ist wenn man zweimal in folge das gleiche symbol legt man also in seinem zug legt man eine karte für die aktion aus und zieht eine karte legt man beim nächsten mal das gleiche symbol hier oben drauf und gerade befindet sich ein seiner 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 monster in dem hexenkessel darf man ihn raussetzen und dann guckt man ich habe jetzt nicht das monster aber die symbole hier die angegeben sind auf denen darf man sein monster wieder aussetzen es gibt jedes symbol zweimal auf der karte sind beide besetzt gibt es kreise mit symbolen drin und da ja darf man es dann auch hinsetzen kommt allerdings sehr selten vor danach wenn karten von oben bis unten abgehandelt das heißt man führt erst diese aktion aus die da drauf sein kann das ist zum einen eine bande zwei felder vor vorsetzen die banden stehen auf dem spielplan und die wenn dann einfach zwei felder gesetzt in eine richtung was passiert wenn sie auf menschen kommen erzähle ich gleich und das zweite ist menschen sammeln die sind normalerweise in gruppen auf dem spielplan so ab zwei personen ist immer ein sogenanntes lagerfeuer dabei aber es kann halt auch immer mal sein dass einzelne menschen irgendwo rumstehen das ist sehr wichtig weil nur die kann man erschrecken und einsammeln so wenn man diese aktion hier spielt muss man alle figuren zueinander führen so dass es mindestens zwei auf einmal sind in dem fall ist es wichtig ich muss es nicht zur nächsten gruppe tun sondern ich kann im grunde über den kompletten spielplan ziehen es darf nur kein monster oder keine bande dazwischen sein und in dem fall würde ich jetzt 12 setzen dann wäre das okay aber wenn jetzt hier einer wäre könnte ich ihn theoretisch durch mein konstrukt auch hier dazu setzen das mache ich mit allen die einzeln vorhanden sind und dann spiele ich die aktion aus ich habe auf dem spielfeld ein monster sagen wir mal das ist meins ich setze es ist mal schaffe mir jetzt meine spielsituation und ich kann mit meinem monster weil ich ein sehr schnelles monster habe ich ziehe eine gelbe karte und darf erst mal die fünf schritte gehen oder auch ein bisschen springen wäre das genauer das kann man dann im spiel selbst in ja quasi entdecken auf jeden fall ist es möglich wie beim mensch ärgert nicht nicht oder sonstigen lege spiel einfach felder zu ziehen oder und man kann auch mischen man kann auch wenn man hier steht dann springen zu einem gebäude wenn es auf seiner zu einem anderen gebäude wenn es auf seiner karte abgebildet ist ja ich gehe nun ein zwei drei felder und lande auf der menschensiedlung das gleiche wäre wenn ich die bande dort hingezogen hätte in dem fall suche ich mir eine richtung aus und setze eine figur dahin und dann werden sie abwechselnd von der siedlung weggestellt so und das lagerfeuer kriege ich jetzt sind es wieder immer zwei die kriegen wieder ein lagerfeuer lagerfeuer ist sehr wichtig man kann für lagerfeuer bonus karten kaufen man kann noch einen schritt mehr machen man kann eine figur befreien oder man kann für lagerfeuer mehrere man hat ja zwei monster und jetzt lege ich eine gelbe karte dann kann ich sagen ich mache erst mit dem monster ein zug und dann mit dem monster auch ein zug denn wäre jetzt hier nur eine person und ich ziehe mit meinem monster da drauf dann kommt es zu mir wäre jetzt hier nur eine person und ich ziehe die bande dahin dann kommt das die person aus dem spiel und ist weg gleiches ist hätten wir jetzt den fall gehabt ich gebe ein beispiel hier sind zwei leute mit einem lagerfeuer ich ziehe darauf erschrecke die der erste geht hierhin ist einzeln weg der nächste geht hierhin ist sicher so nehmen wir an wir haben den fall ich kriege natürlich das lagerfeuer ich habe hier drei leute und ich bin doof oder ich möchte das spiel schnell beenden dann setze ich den ersten ich kann mir immer aussuchen wo ich den ersten setze danach geht zum urzeigersinn hier hin dann ist er weg dann setze ich einen hierhin und wieder einen hierhin ist er weg das heißt man zieht immer die dorfbewohner einzeln von dem ort weg ganz wichtig genauso ist es wie gesagt mit einem monster wenn man da hinkommt und da ist nur eine figur dann kriege ich sie wenn ein dadurch wäre das jetzt hier ein monster gewesen hätte ich die beiden figuren gekriegt man kann also die figuren sich auch zueinander zutreiben lassen was das spiel sehr gut macht dabei ist tatsächlich es gibt fantastische übersichtskarten die bebildert sind und somit wirklich alles zeigen was erlaubt ist nicht erlaubt für jeden spieler genau nur die vorderseite für jeden spieler im grunde alles drauf es gibt dazu wirklich noch hat jedes monster im grunde eine extra fähigkeit die auch wirklich eine extra fähigkeit ist nehmen wir einmal moira die kann dorfbewohner bewegen nehmen wir mal als beispiel die wolfshürte die kann eine beliebige gruppe bewegen erschrecken egal wo sie ist und normalerweise endet der zug übrigens wenn man dorfbewohner erschreckt wenn es mehrere sind bei einem davon weiter ziehen also auch da sind ketten möglich und hier darf man halt weit entfernte dorfbewohner erschrecken oder als bewegung irgendein anderes monster ziehen hier kann man eine gruppe dorfbewohner bis zu drei schritte ziehen sie verhält sich wie eine bande also es ist wirklich monster tauschen plätze dann darf es einmal zusätzlich gehen als es wirklich komplett unterschiedlich es gibt sogenannte geheime bonus karten die am ende ziele geben oder die man am ende erfüllt haben muss weiß einfach eine farbfigur haben gibt nur zwei punkte das ist sehr unterschiedlich wenn man jede farbe hat gibt es fünf punkte und dann gleiche figuren drei vier gibt es fünf bis neun punkte und wie gesagt während des spiels kann man immer für ein lagerfeuer auch sich einfache bonus karten kaufen da geht es darum an an bestimmten orten spieler zu erschrecken völkerung zu erschrecken oder neben bestimmten orten wenn dieses zeichen hier kommt dann hoch der weg dann heißt es neben orten erschrecken direkt oder ja was kommt noch muss überlegen genau mit der bande etwas machen die banden ziehen mindestens zwei personen einsammeln auf einmal einer farbe und da gibt es auch mit farben meeres also auch da muss man wirklich sehr viel taktieren ja das sind im grunde die regeln von caritas ich glaube eine meiner längsten regelerklärung das witzige dabei werde ich vielleicht auch gleich noch sagen es ist einfach super leicht am ende ja in dem sinne ab zum fazit ja das soll ich sagen es gibt zwei sachen die dieses spiel auszeichnen zum einen die grundsätzlichen grundregeln sind super super einfach man zieht man kann genau über seine karte definieren wie viele schritte man gehen darf oder wie man springen kann super einfach man weiß genau wenn ich in ein dorf gehe mit vielen leuten fliehen die wenn eine bande da rein geht mit vielen leuten fliehen die wenn sie einzeln sind und ich gehe rein dann schnappe ich sie mir wenn ich sie zu mir hole einzelne figuren dann schnappe ich sie mir wenn ich die bande einzelne figuren schnappt sind sie aus dem spiel das ganze spiel im grunde ganz einfach erklärt die belohnungskarten sind unterschiedlich definiert was die karte angeht jetzt nicht super unterschiedlich was die art angeht man hat eine geheime bonus karte die am ende wirklich noch mal den ausschlag geben kann und das ist im grunde das einfache was jedes kind mitspielen lässt die charaktere werden zufällig gewählt das kann ein bisschen schwierig sein wenn man das spiel nachher gut kennt aber tatsächlich haben alle wirklich gute vorzüge so dass und das ist jetzt der zweite wichtige schritt was das durchaus zu einem gehobenen der familien spiel macht erstmal wirklich alle charaktere sind haben sind irgendwie anders das heißt da sind wir schon bei wirklich das ist ein bisschen so ein trend macht es auch kompliziert aber ist super weil es wirklich tiefer rein bringt und man muss auf sich achten aber auch wirklich ganz stark was haben die anderen spieler für monster da wie funktionieren diese monster und nicht nur und das ist ganz 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 wichtig denn dann verliert man eigentlich immer wie versuche ich mein ziel zu erreichen sondern wenn man merkt einer ist gerade richtig gut dann muss man entweder a zusammenarbeiten und ihn stoppen oder b auch mal ein zug opfern und irgendwie versuchen seine taktik auch ein bisschen zu bombardieren man kann hier blockieren man kann das in den kessler schicken man kann die bevölkerung zusammenziehen wenn er denkt er hat sein ziel erreicht denn da geht einiges durch diese kurzfristigen erschaffen der ziele oder neuer ziele die man sich holen kann auftragskarten im grunde gibt es eine sehr starke varianz kann man auch ganz schnell punkte holen diese hexen feuer geben eine gute variable die die bevölkerung macht wenn mehr auf einem feld sind super variable die noch mal dazu kommt mit der man einiges machen kann die karten mit dass man die banken ziehen darf oder nicht man muss entscheiden vielleicht will ich auch mit drei feuern beide ziehen und welche karten farbe lege ich dann und also oder welches symbolik farbe also wirklich viel drin in sehr einfache regeln gepackt und ich hatte es tatsächlich auf youtube noch gar nicht zu dem spiel gesehen das hat mich sehr verwundert weil es einfach ist jetzt vielleicht nicht zu diesen absoluten kenner die dann wirklich tausend kurzregeln brauchen so ließ es nicht aber wirklich ein familien spiel sucht was so einen kleinen schritt weiter geht obwohl es einfache regeln hat für den ist caritas ein super super spiel und von mir ganz klare empfehlung ist nicht das aller günstigste spiel liegt in portugiesischen mebo klein verlag und von heidelberg wahrscheinlich auch nicht in einer riesenauflage gedruckt aber von mir tatsächlich gegen dieses gehobene familienspiel mebo caritas von mebo beide daumen hoch die ganze einbindung der geschichte in die regeln ja das hat wirklich spaß gemacht und insofern eine gehobene familienspielung caritas empfehlung gehobene familienspiel empfehlung von mir caritas von mebo schräg schwäch heidelberg ich hoffe man sieht sich hier mal wieder würde mich freuen und in dem sinne bleibt mir nur zu sagen wann immer ihr dieses video jetzt gesehen habt ich wünsche euch einen guten morgen mittag abend oder gute nacht und hoffe bis bald auf wiedersehen bis bald